Wie nun grüßen sich zwei Erwachsenen? Wieso? Hallo, guten Tag! Hallo, guten Tag! Hallo, guten Tag! Wie geht's auf der Arbeit? Ganz gut. Bist du auch ein Erwachsener in einer Erwachsenenwelt? Ja. Popeln Erwachsene wirklich in der Nase? Nee. Was machen Erwachsene, was Kinder nicht machen? Nicht zur Schule gehen. Erwachsene gehen nicht zur Schule, wo gehen die stattdessen hin? Bleiben zu Hause. Bleiben zu Hause? Die Erwachsenen haben was zu sagen, die Kinder nicht schimpfen. Erwachsene schimpfen? Findest du das denn fair oder richtig? Richtig, finde ich. Das findest du richtig? Also hast du gerne nichts zu sagen? Doch, eigentlich schon, aber Mama sagt, das geht nicht. Ab wann darf man alleine raus? Ab wie vielen Jahren? Ich dachte nur ab 14. Ab 14? Oder ab 30. Ab 30. Möchtest du irgendwann mal ein Auto haben? Ja, Porsche! Wer ist denn schon Porsche? Porsche 3D. Der Porsche 3D?